Hallo liebe Freunde, hier ist wieder der Wetterfisch. Heute gibt es die Wetterkarte für den heutigen Abend in ganz wenigen Sekunden. Und zwar starten wir los. Hier im Süden ganz klar hohe Niederschläge. Also es wird heute definitiv noch regnen. Der Südosten von Deutschland ist davon auf jeden Fall betroffen. München natürlich auch. Dann haben wir hier Mitteldeutschland und Norddeutschland und da sehen wir keine Niederschläge. Aber die Temperaturen sind trotzdem etwas niedriger als die letzten Tage. Das heißt ein bisschen Durchschnaufen ist drin. Und hier brauchen wir keinen Regenschirm, keine Niederschläge. Alles gut soweit? Dann bis zum nächsten Mal. Euer Wetterfisch. Tschüss! So, da ist wieder der Wetterfisch und heute gibt es jetzt noch die Aussicht für die nächsten Tage. Wir sehen heute Nacht immer noch ein paar Schauer hier im Süden. Im äußersten Süden halten sich diese Schauer bis in den morgigen Tag, Dienstag hinein. Im Norden sehen wir glücklicherweise kühlere Temperaturen, leichte Bewölkung. Die Temperaturen werden sich ein bisschen normalisieren und dann am Abend hin sehen wir hier keine Niederschläge mehr. Die Niederschläge werden sich komplett zurückziehen. Und für den Mittwoch erwarten wir angenehme, warme Temperaturen um die 20 Grad, ganz leichte Bewölkung im Norden, in der Mitte Deutschlands und im Süden Deutschlands ist das okay. Damit denke ich, kann ich sagen, viel Spaß die nächsten Tage und bis bald. Euer Wetterfisch.